Ihr habt gerade 22 Sekunden gewartet. Jetzt stellt euch vor, wie es sich anfühlt, 22 Wochen auf einem Psychotherapieplatz zu warten. Denn das ist die durchschnittliche Wartezeit in der Bundesrepublik Deutschland. Die Deutsche Depressionsliga will das ändern und fordert die Bundesregierung dazu auf, die Wartezeiten endlich zu verkürzen. Unterschreibt die Petition auf 22wochenwarten.de und setzt dem Warten ein Ende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.